Ja hallo und herzlich willkommen meine Freunde. In diesem Video machen wir Factory unsicher, wir wollen nämlich die Quest Factory Chief von Jäger erfüllen, indem wir Tagila jagen und töten müssen. Und da wir tatsächlich ein paar Probleme damit hatten, Tagila zu finden oder Tagila einfach keine Lust auf uns hatte, hat sich das doch etwas länger gestaltet, als wir eigentlich dachten. Dabei blieb natürlich die gewohnte Factory Reaction nicht aus und ein paar spannende Raids davon habe ich euch zusammengeschnitten und natürlich auch den Raid, wo Tagila sich denn irgendwann erbarmt hat, sich mal zu zeigen, als Full Raid. Natürlich hat man in der Vergangenheit Tagila schon öfter mal getötet, aber genau dann, wenn man ihn für die Quest braucht und es sich vornimmt, dann zeigt er sich natürlich nicht. Haut mir gerne in die Kommentare, wie eure Tagila Jagd lief und ob sie auch eher lange gedauert hat oder ob ihr sagt, ne, first try. Das war's auch schon wieder mit dem Gebabbel von mir, lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und ansonsten natürlich gerne konstruktive Kritik. Ich bin's wie immer, euer Ganschat und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ich laufe mal in den neuen Bereich rüber, von hier aus. Das war eine M4. Oh ne, das sind alles, das gab's. Das können die Spieler machen, da habe ich keinen Bock drauf. Du bist in den neuen Bereich hinten? Okay. Kommt von hinten, die erschrecken. Ich laufe rechts durch den Tunnel, Dings. Ja, ja, die Spieler. Echt? Also im Office-Bereich. Ich pushe mal zum Office. Tito? Bist du ganz oben? Also hinten in dem... Okay. ...Spawn-Bereich. Hier ist ein blauer Laser bei mir. Ich hab'n Spieler. Bei mir ist das ein Scarf, glaube ich. Hab' ihn. Ah ja. Na, immerhin halt. Ich muss mich grad hier in die Ecke chillen. Ja, chill dich mal. Also, die Spieler werden immer noch grob da hinten in der Ecke sein, denk' ich. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Okay, ja gut. Nicht der Rede wert, die Boys. Ich mach grad noch mindestens einen Meg voll. Ach, guck. Alter. Level 10, der war ja wie gelähmt. Ach, guck mal. Wollen wir dann abhauen? Ich will doch kurz oben in die Vase reingucken. Äh, genau. In den Safe. Wegen der Vase reingucken und dann gehen wir los. Dann macht es sich Wart hier unten. Dann können wir hier hinten noch aufsperren und raus. Vase, Vase. Ach, danke. Da jumpt was vor uns rechts. Hm. Äh, Glas, ähm, Bart. Bart, okay. Ich komm mal zurück. Ist hier unten? Irgendwas muss hier vorne noch sehen. Metal? Ja. Aber relativ weit weg. Nee, nee, das ist bei mir hier vorne. Der in Richtung Ausgang. Der Spieler oder der Scaf? Ich glaub der Spieler. Du bist bei mir? Ja. Vor uns? Ja. Check, Tagilla-Ecke. Jo. War der fett? Ja. Tagilla-Ecke clear. Wer hat den Kill? Du oder ich? Weil wir haben beide draufgeballert. Ach so. Oh, sorry. Hab noch einen Scaf gekillt. Alles gut, ich will nur wissen. Ich? Ja. Er hat zwei Spieler geholt. Zwei, drei. Also plus er drei, plus wir sind fünf. Theoretisch könnte noch einer sein. Hm. Der hat komplett vergessen, dass wir noch da sein könnten, ne? Ja. Der ist so ganz eigenartig gerannt. Trotz war er mit denen. Hä? Ach so, einer. Ein Doctack davon war seiner. Äh, geht nicht mehr mit. Äh. Oh, muss nicht. Also hier war er nirgends im Untergrund. Ich geh mal weitersuchen, während du lootest. Oh Gott, da ist noch ein Spieler. Zwei, äh, wer ist das Ding? Direkt vor der Links. Hier, äh, Postman-Pad, Postman-Pad. Direkt unten drin. Alter. Ich hab keine Sounds mehr. Ich hör gar nichts mehr. What a shit, man. Gut gelöst. Ich hatte keine Sounds gerade, gar nichts. Ich hab's gesehen. Ich hab's gehört. Bei deinem Discord. Ja, komm. Das ist der letzte Spieler. Das ist kein Sch... Äh, das war der letzte Spieler, sorry. Alter, was Glück. Will er... ...verprömel dich. Ja. Du hattest noch einen Rucksack, ne? Ja, ich weiß. Ja, das ist ein Scab is. Ja. Muss. Okay. Er kommt jetzt. Kommt er. Oh, war er mal. Oh, come on, Alter. Leck mich. Junge, das mit dem Sound war aber ganz wild, wenn du gar nichts hörst. Alter Schwede, da fühlst du dich aber mal ganz anders verarscht. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh Gott, voll verwirrt. Spiele vor uns? Jo. Wo? Beim Kran. Ne? Nate. Noch eine. Er ist hier bei mir. Ich. Bist du ge... Auf Metall ist er. Nate bei mir. Fuck. Einen hab ich. Hast du ihn? Ja. Waren aber zu zweit. Oh, was? Erdgeschoss. Der kommt nicht zu dir, der killt mich. Ne, ne, warte noch. Ich hab eine Störung. Alter, ja. Du hast ihn aber gekillt. Einen Schuss. Erdgeschoss noch, ne? Ja. Erdgeschoss. Das ist gaff. Lull, ich werd zurückgesetzt. Ja, meine Verbindung ist los. Ja. Ich hab größte Legs. Ja. Er liegt auf dem Boden. Okay. So, jetzt sind die an unserer Pose. Ja. Da war einer ganz vorne. Oh, du bist mir fast durch die Flindierung. Ja, ich hab's gesehen. Rechts, rechts. Ja. Ich glaub, die sind auf der anderen Seite hinten. Der Giller ist nicht an seinem Spot. Die rennen hier links. Zwei. Ich hör's ja. Über uns vielleicht. Metall? Ne, vor uns. Ich mach mal ein bisschen Lärm. Fall zurück, wenn du musst. Okay. Oh. Weiß nicht, ob ich ihn habe. Wo waren die? Einer ist noch da. Ganz links gleich um die Ecke. Direkt. Oh, rechts hab ich auch was gehört. Rechts hab ich über das ADS gehören. Okay, dann lass uns noch mal kurz andere Positionen einnehmen hier. Das könnte jetzt Gaff sein. Bist du? Ich bin rechts beim Nähe Postman. Okay. Links zu hier? Ich bin oben bei dir. Oh fuck. Haben ihn. Ist noch einer? Noch einer, ja. Oh fuck. Bin tot. Kannst mal gucken, ob der Akeno die ist. Ganz kurz bitte. Hier ist noch irgendwas anderes. Geht was? Hier geht was. Aber da hat noch was geschossen, ne? Ah. Geschossen. Die Hände. Mach nicht mehr. Ich muss da hin. Ja sicher auch, weil der aggressiv auf den Spieler war. Was genau möchtest du gucken? Wie der Typ hinter dir heißt, der hinter dir liegt. Der? Ja. Unsere Russian P. Okay, nein das war er nicht. Also ich wurde mit M61 gekillt. Dann wurde ich wohl von der anderen Seite, von da hinten gekillt. Also von rechts von dir. Ja da hinten. Die gucken auch alle in die Richtung. Also da sitzt noch einer. Bisschen nervig. Na der schreit da rum. Jetzt hat er... Ja. Nein. Ja. 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 Aber der wurde auch jetzt durch den Scaf oder was wurde er beschossen? Ich kann nicht ausmachen wo der links ist. Nice. Good kill. Das war er. Was ist er denn? Muss er klar? Nee. Nee. Vor PO? Ja. Schau den Namen an. Akeno? Ja. Ja. Das war mein Killer. Die PO macht Sinn. Mit M61. Okay. Warte. So warte. Ich kann seinen Pilgrim gleich mitnehmen. Gibt ja Sinn. Nicht wahr? Ihr kleinen Kack-Skeft könnt mich mal kurz in Ruhe lassen. Alter. Leck. Jetzt würde ich mich verpissen. Antennestelle. Ich hätte den ganzen Loot noch nicht saven können. Scheiß drauf. Du bist fast tot. Na gut. Da mit fährt er. Ja. Was? Drink. Sehr hydrated. Warum geht das so oft? Warum zweimal hintereinander? Ich glaube da ist was falsch gelaufen. Wir sind hier. Ach scheiße hab ich jetzt. Wir haben links im Gang nen Spieler. Mhm. Also im langen Gang. Höhen. Kommt. Das war nicht der den ich meinte. Der ist aber dahinten. Der ist hinten in der Ecke. Äh. Vor uns. Links in der Ecke. Hm. Kommt hierher. Shit. Ich glaube hinter uns. Ich schrei mal weg. Hab den Typen hier. Loll. Hast du den spät gesehen? Ich dachte du. Hä? Ich hab den schon lang gesehen. Er war bloß die ganze Zeit verdeckt für mich. Ach so. Und das war ja der den ich meinte die ganze Zeit. Ja. Ich sag mal kurz. Ich hab euch die Punkte eben zurück erstattet. Links kommt noch einer. Zwo. Das ist dein rechts. Hm. Der ist Scuff. Der da vorne rum struggelt. Ich geh mal hier kurz so um die Ecke. Jetzt hab ich's wieder richtig eingeschreibt. So jetzt kriegt der den Kasten auch noch leer. Ich krieg gar keinen Kasten leer. Ich hab euch die Punkte zurück erstattet. Als ob ich jetzt hier zwei Liter saufe. Ihr braucht nicht immer so gemein zu sein. Ihr Kleinen. Gleich jeden Pack ausnutzen. Äh. Wollen wir links lang oder? Äh. Absolut. Dein rechts. Irgendwer ist hier am Doppelschrotflinten. Links von uns. Holz. Ja. Ist weiter hinten. Oder oben. Schön. Ist geradezu vor uns. Ja. Der Typ mit seiner. Ja. Der ist hier. Links haben wir noch einen Scarf in der Tagilla Ecke. Wir haben noch gehört. Okay. Ist das Tagilla? Weiß ich nicht. Ich hör hier vor mir noch irgendwen. Hab ihn. Schießt du? Ja ja. Hab einen Spieler. Okay cool. Ja der Scarf sitzt da noch im Ende Ecke. Scarf. Hab ich nicht erschossen? Ich lass den zum Spieler gehen falls da noch einer ist. Auf, 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 auf. Okay. Oder zu dir. Hast du ihn erschossen? Ja. Über uns. Ist einer mit der Schrotze. Siehst du den? Ich hab ihn nachladen gehört. Kann ich die hier oben auf das Metallkonstrukt? Warte mal. Ich schmeiß mal eine Granate hier oben auf das Konstrukt. Nicht dass die bei mir runter kommt, ne? Ich lauf mal ein Stück. Ich lauf mal weg. Ja. Die ist nämlich unten runter gekommen. Ich hab den so gehört. Ich glaube dass der grob Richtung Tequila Ecke hockt. Der war halt so nah geklungen. Kannst du mich covern kurz? Ja. Ja der Klang ist nah, aber noch nicht so nah. Vielleicht sitzt der auch in dem äh. Also wenn du das bei mir gehört hast. Der ist wahr. Als wenn der einfach nur direkt neben. Ich hab ihn doch auch gehört. Achso. Der war ja nicht. So, so. Nah war er dann doch. Aber ich glaube wir haben Tequila im neuen Bereich. Mhm. Dann rennen wir da einfach mal hin oder? Links rum und dann. Sind wir nicht da her gekommen? Ah. Ich weiß wo es ist. Was Phase ist. Ich hab Soundbuck. Ich hör keine Steps nix. Ne aber ich hab den auch laden hören. Ja. Naja. Ich hab aber trotzdem grad nen Soundbuck. Weil ich deine Steps nix mehr höre. Da musst du jetzt auf mich vertrauen. Ja. Ich hör da unten was? Dombe. Ich gucke im S-Gang. Oder Z-Gang. Ne hier nichts. Ich hätt schwören können ich hab drüben was gehört. Vorher. Ne ich hab auch ne andere Voiceline gehört. Es hätte auch ein Bear sein können. Aber ich kenn die Bear Voicelines halt nicht alle. Ja. Ich geh hier gleich hoch. Klären wir das. Hier unten sind. Ah ja. Totes Kopf hast du grad schon gesehen. Oh hier dreht sich was. Ich bin unten auf Holz. Ich sehe Füße. Aber ich glaube es ist nicht Tagilla. Doch. Ich komm in den Keller. Ich komm in den Keller. Ok. Ich lauf ins S-Gang. Wo bist du? Ne ich dreh hier Kreise jetzt. Pass auf ich komm vor dir. Ich komm vor dir. Wo ist er? Hinter mir ist der Gilla. Ok. Hä? Ich hör ihn atmen. Über mir. Alter. Junge Junge. Äh. Äh. Alter. Irgendwas hat auf mich geschossen gerade. Ja Tagilla mit der Shotgun. Wo ist er denn? Links. Der ist nicht im Gang. Der Schuss kam von links. Ich geh nochmal gucken. Er scheint links oben zu sein. Hier. Direkt vorne. Sonst könnte er mich an die Eier anschießen können. Soll ich nur nade werfen. Dann pusht. Dann kommt er. Ja ja. Ok. Ich nade die Ding hoch. Also der ist oben rechts irgendwo. Ja ja. Deswegen konnte er auf mich schießen. Kommt runter. Au. Au. Bin tot. Ja. Kannst du mein Zeug schnell irgendwo in der Ecke schmeißen oder so? Ja. Scheiße Kompass. Ich muss kurz stacken. Sonst kann ich mich nicht verteidigen. Metall. Geil. Oh Gott. Ey wir haben so Giller gegillt. Hey wir haben so Giller gegillt. Teil. Scheiße. Wo bist du? Ganz hinten ne? Ähm. Ne. Rechts. 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 Was willst du noch gesaved haben? Ich hab keine Dings. Ähm. Wenn du willst nimm die SP6 Moon mit. Weil die kosten bisschen was. Aber dann musst du halt entladen. Jö. ắc toss. F Ouais. Ja. Jö. Wie presup spins quiz är der Tagserfläche. Sims UK. Oh. Nudeln ist吗? Fres από Mäkieren? Fakt istНе. Erst. Nein. Nein, nicht besser. Okay. Das war's für heute. Äh, falsche Richtung. Ja, ja. Auch wenn ich sterbe, ist mir auch egal. Ich bin total verbuggt für dich. Einfach die Heads jetzt runter droppen von mir bitte. Ich hatte eigentlich die zweite Waffe von dem Typen vorher und so. Ist alles nicht sichtbar bei dir. Ja. Okay. 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 Oh, das AVS hat er sogar. Ach, falsche Richtung. Oh, meine Güte. Okay. Okay. Das geht so im Gehen. Okay. So, das war's. Endlich mit der Gilla. Du doofes Sau, du. Tod. Hä? Hä? Warte mal. Habe ich am Anfang einen Spieler getötet? Ach, das war ein Spieler? Bei 4,45? Ob ich denn deinen Spieler getötet? Ob du einen Granatenkill gemacht hast? Scroll mal. Ja, der lag doch oben. No fucking way. Ich wusste es. Was weiß. Ich wusste es. Untertitelung des ZDF, 2020